Tag, heute ist Mittwoch, der, wer ist denn heute? Vierter. Vierter? Vierter. Du bist schon lieb, ja. Nein, nicht. Schönen Liebzeit. Drei Verstöpfer fahren. So schwer ist es echt nicht. Aber sie kriegen es nicht auf die Reihe. Aber die Brücke unten. Mann, Mann, die geht hier schon wieder zu. Es dauert jetzt noch 10 Minuten, bis die ganzen Touris wieder in ihrem Auto sind und dann schnell wieder fahren können. Oh Mann, ey. Ja, ich bin mies gelaunt, aber ich habe Kopfschmerzen. Tag, heute ist Mittwoch, der vierte, fünfte 2016. Ich habe heute noch frei, morgen muss ich wieder zur Arbeit. Und ich habe morgen 12 Uhr Dienst und ich habe total vergessen, dass morgen Feiertag ist. Deswegen freue ich mich noch mehr auf meinen 12 Uhr Dienst, weil das bedeutet viel Los und Stress und so. Und außerdem bin ich deswegen schon mittags losgefahren jetzt, damit ich nicht so in den Touristau komme. Das wäre nicht passiert, wenn ich später gefahren wäre, weil die heute noch alle arbeiten und dann fahren sie los. Naja, ich bin gerade angekommen. Cookie ist in der Uka-Markt geblieben, was doof ist, aber besser. Weil ich diese Woche zweimal 12 Uhr habe und noch Termine habe und nächste Woche Freitag um 10 Uhr in Rostock sein muss und das wahrscheinlich auch lange dauert und naja, alles nicht so schön. Deswegen war es besser, dass Cookie da geblieben ist. Das ist natürlich scheiße fürs Vlog, weil dann nicht viel aufzunehmen ist, beziehungsweise muss ich mir was einfallen lassen, damit es nicht ganz so langweilig wird. Oder ich mache einfach mal ein paar Tage Pause. Zumindest sollte ich mit dem Schneiden dann fertig werden, weil dann habe ich ja leider Zeit zum Schneiden. Ansonsten mache ich mir jetzt erstmal was zu essen und dann setze ich mich an den Rechner. 20.40 Uhr ist Sonnenuntergang, bin also eigentlich viel zu spät, aber ich gehe mal ein Stück raus. Das ist ein bisschen frische Luft, schadet nicht. Und naja, wir gucken mal. Ich habe beim Video schon ein bisschen die Zeit vorbei jetzt. Deswegen bin ich jetzt eigentlich viel zu spät für den Sonnenuntergang. Eigentlich wollte ich wieder einen Zeitraffer aufnehmen, damit hier wenigstens noch was Schönes passiert im heutigen Vlog. Und sie machen wieder Smartphone-Fotos mit Blitz. Uiuiuiuiuiui. Wie gesagt, zu spät zum Sonnenuntergang. Naja, schön ist trotzdem. Sonnenuntergang werde ich allerdings die nächsten Tage nicht schaffen, weil ich arbeiten muss. Und wenn ich dann rauskomme, ist die Sonne schon untergegangen. Meistens wahrscheinlich. Sonnenaufgang schaffe ich vielleicht. Was sowieso besser ist, weil es weniger los ist und finde ich meistens sogar schöner. Oder was heißt schöner? Schön ist auch Quatsch. Ich mag Sonnenaufgang irgendwie mehr. Ja, dann war es das für heute. Glaube ich. Dann gehe ich jetzt wieder zurück und schneide das Video weiter. Und dann sehen wir uns morgen. Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und tschüss. 1. 2. 6. 10. 11. 10. 11. 10. 11. 5.18 Uhr ist Sonnenaufgaben. 5.00 Uhr schaffe ich Sonnenaufgaben auch nicht mehr. So sieht alles aus wieder raus. Weiß ich nicht, ob ich das will. Muss ich mal sehen morgen früh.